AROSA 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 hat schon einen grossen Namen, natürlich, aber das Gleiche war es ein bisschen wie Asterix und Obelix, oder das Dorf der Gallier gegen die Grossen. Es ist nicht sehr oft, wo man so eine kleine Gemeinde hat, wo man so viele junge Hockey-Spieler produziert, so viele junge Hockey-Spieler. Es ist Zeit für AROSA